Wie man so eine Blume macht, zeige ich euch heute. Ihr benötigt dafür insgesamt sechs Blütenblätter. Fünf habe ich schon mal vorbereitet und auf so einer Stricknadel geparkt. Ihr könnt dafür aber auch zum Beispiel einen Schaschlikspieß verwenden oder solche Häkelnadel, wie es sie manchmal bei den Bändern in der Packung gibt. Ihr benötigt für die Blüten zwei Häkelnadeln, Gummiringe in Neonfarben von Rainbow Loom und einen Verschlusshaken. Hier zeige ich euch jeweils die Reihe an, in der wir uns befinden, damit ihr euch im Video zurecht findet. Ich beginne mit einem einzelnen gelben Gummiring, den ich dreimal um die Nadel wickele. Dann ziehe ich zwei lilafarbene Gummiringe durch diese drei Schlingen und lege den Anfang zurück auf die Häkelnadel. Nun habe ich zweimal zwei lilafarbene Schlingen auf der Nadel. Ich wende nun und komme zur zweiten Reihe. Nun nehme ich die zweite Häkelnadel, steche in die ersten zwei Schlingen ein, hole wieder zwei lilafarbene Gummiringe und ziehe sie durch diese zwei Schlingen und lege den Anfang ebenfalls auf die Nadel. Dann ziehe ich die zwei Schlingen von der linken Nadel. Wieder in die nächsten zwei Schlingen einstechen, zwei lilafarbene Gummiringe verwenden, durchziehen und den Anfang ebenfalls zurück auf die Nadel. Nun habe ich am Ende der zweiten Reihe viermal zwei lilafarbene Schlingen auf der Nadel. Ich wende und komme zur dritten Reihe. Hier nehme ich die ersten zwei Schlingen einfach nur auf die rechte Nadel. Ich mache damit nichts. Dann nehme ich die nächsten vier Schlingen auf die Nadel, nehme zwei pinkfarbene Ringe und ziehe diese durch, diese vier Schlingen und lege den Anfang wieder zurück auf die Nadel. Dann ziehe ich die linke Nadel aus den vier Schlingen. Und die letzten zwei lege ich einfach wieder auf die rechte Nadel. Nun habe ich zwei lila, zweimal zwei pink und einmal zwei lila auf der Nadel. Nun komme ich zur vierten Reihe. Hier steche ich in die ersten vier ein, nehme zwei pinkfarbene Gummiringe und ziehe sie durch. Dann ziehe ich die vier vom Haken. Dann nehme ich die nächsten vier und ziehe auch hier nochmals zwei pinkfarbene Gummiringe durch. Am Ende der vierten Reihe habe ich also viermal zwei pinkfarbene Schlingen auf der Nadel. Ich wende wieder und komme zur fünften Reihe. Hier hebe ich die ersten zwei Schlingen wieder einfach nur ab. Ich mache nichts mit ihnen. Dann nehme ich die nächsten vier Schlingen und ziehe hier zwei gelbe Gummiringe durch. Danach nehme ich die letzten zwei pinkfarbenen Schlingel einfach wieder auf die rechte Nadel. Am Ende der fünften Reihe habe ich also einmal zwei pink, zweimal zwei gelb und einmal zwei pink. Nun wende ich und komme schon zur letzten, also sechsten und letzten Reihe. Ich nehme alle vier acht, also viermal zwei Schlingen auf die Nadel, nehme zwei pinkfarbene Gummiringe und ziehe diese durch. Und dann löse ich die Häkelnadel aus und habe nun hier mein sechstes Blütenblatt fertig. Nun zeige ich euch noch, wie man daraus eine Blüte bildet. Ich parke dieses sechste Blütenblatt ebenfalls auf der Stricknadel. Nun nehme ich die lange Häkelnadel, nehme nach und nach die jeweils vier Gummiringe von jedem Blütenblatt auf diese Häkelnadel. Und dann lege ich die Stricknadel weg, nehme zwei pinkfarbene Gummiringe, lege mir schon mal den Verschlussclip zurecht, und ziehe nun nach und nach ein Blatt nach dem anderen auf diese zwei Gummiringe. und das letzte ebenfalls. Und nun lege ich den Anfang der beiden Gummiringe ebenfalls auf die Häkelnadel und nun ziehe ich diese linken zwei Schlingen unter den rechten zwei durch und bringe jetzt hier den Verschlussclip an. Nun verteile ich noch die Blätter gleichmäßig auf dem Gummiring und dann ist meine Blüte auch schon fertig. Ich wünsche euch viel Spaß damit. und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Vielen Dank. Dresel. Vielen Dank.